Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tales of Arise im plötzlich auftauchenden Kampf gegen den mysteriösen Schwertkämpfer, der uns überfallen hat, als wir die nächste Gebietskarte gerade betreten haben. Machen wir so weiter mit dem Ganzen. Aber er ist auf der Suche nach Decker und Deckerin. Aber gut, wenn ich raten müsste, ist das halt so ein typischer Du musst jetzt gerade nicht gewinnen haben. Von daher, machen wir einfach mal. Auf jeden Fall ein linker Burschen. Da muss man ihn erlassen. Von daher, in einem Fall, an der Erste Schöpfle. Hey, hey, hey. Du kannst das nicht mehr sagen. Ich lebe dir die Folge. Hier ist ein Verstehungsmacht. Anliegen, ich lebe dir. Ich lebe. Ach, ich lebe. Du bist doch ein wenig rein. Ich lebe. Du kannste das nicht mehr, wenn du es so weiter holst. Du kannst das nicht mehr ausgibt. Das ist dann wirklich. Ich musste mich erst mal wieder wundern, was genau will ich mir das Spiel gerade zeigen. Wunderschöne Was ist das alles, was du hast? Sehr gut, dann sterbe. Oh, ein wretch wie du? Elf! 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 Stefan? Xion! Danke. Aber du hast mich ziemlich verletzt. Nein, sorry. Es ist okay. Und so bin ich. Es ist nicht so schlecht wie es sieht. Nicht schlecht? Das ist... Xion, wir glaubten du... Ich bin gut, wirklich. Was hast du gedacht? Du hast mich auch versucht zu schützen. Ja, aber ich habe die Waffe. Es ist anders. Es ist nicht anders. Außerdem, ich... Hm? Es ist nichts. Anyway, danke. Aber ich habe nicht... Schau, ich bin glücklich, dass du... Sietsam. Alfen? Entschuldigung. Ich bin... çali hat meinen Mann gesagt, es wird zurück. Ich glaube, dass wir besser werden müssen, bevor der zurückkommt, wird es richtig? Elfen? Ich... Das Kerlet mei gesagt, er wird zurück. Ich glaube, dass wir wieder erledigen müssen. Es wissen, dass wir vielleicht einführen müssen, bevor er zurückkommt, richtig? Xion, bist du sicher, dass du okay bist? Xion, bist du sicher, dass du okay bist? Ja, ich habe schon ein paar Geheimdienste an den es. Es hat sogar nicht einen Schmerz. Aber seine Schmerz ging fast durch dich. Ich bin okay. Nichts, ich habe einen Schmerz. Und ich habe einen Schmerz, und ich habe einen Schmerz. Nein, du bist nicht. Es ist einfach... Look, ich magst du mir schauen, aber ich bin okay. Really. Es war auch das strange Licht, das kam, als Xion wurde verletzt. Es sah, den Schmerz schlug, als er sah es. Alphen, hast du eine Idee, was es war? A Licht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich war ein bisschen preoccupiert mit anderen Dingen an der Zeit. Hmm. Jetzt, ich denke, zwischen dem Licht und dem Schmerz, was du einfach ein Mensch bist, Alphen? Kannst du dann in den Astral Arts, wie Rynwell, vielleicht? Er würde nicht wissen, Dohalim. Er hat keine Erinnerungen von seinem Vergangenheit, nicht wahr? Besides, wir sollten wirklich rauskommen. Ich glaube, du bist richtig. Forgive mich. We've almost reached Niyaz, the capital of Mahag-Sar. With any luck, we'll find a place there for Xion to rest. Puh. Hey. Wow. Für einen Kampf, den man nicht gewinnen soll, ziehen sie mir erst mal acht Rang da ab. Das ist in Ordnung. Ist okay. Wie bist du, nach dem letzten Kampf? Wie bist du, nach dem letzten Kampf? Du bist nicht zu schmerz, bist du? Ich bin gut. Wir sehen uns selbst. Wenn Dinge zu schwer sind, dann zurückkommen. Ich kann mich ein Beinung, wenn ich mich nicht mehr so schmerzen. Ich bin nicht hier, nur um sich zu stehen und zu haben, alle zu mir zu retten. Ich verstehe das. Aber es ist nichts falsch, mit dem Sie haben, dass Sie auch schmerzen. auch. Ich sehe, wie ich mich nur versuchen, zu stellen auf einen wunderschönen Gesicht zu dir? Ich kann nicht fühlen, aber du kannst, nicht du? Schau, ich empfehle mich, aber auch du gehst, von Zeit zu Zeit. Bitte, stopt mich zu babysitzen. Es ist nicht so. Ich... Okay, abgesehen davon, was habe ich gesagt, offensichtlich der Kampf, den man nicht gewinnen soll, vielleicht auch nicht verlieren soll, das ist vielleicht auch nochmal so eine andere Option, die es ja rein theoretisch immer gibt. Ich hätte ja auch mit allen sterben können. Ich weiß nicht, ob es dann direkt getriggert hätte, diese ganze Cutscene oder irgendwie sowas, aber gewinnen sollte ich jedenfalls nicht. Vielleicht möglich in einem New Game Plus 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 oder sowas, nach dem Motto. Ja, wenn ich am Ende hier mit Level 100 ankommen würde, statt 26 oder so, das könnte möglich sein. Okay. Okay. Das ist der richtige Ort. Das ist der richtige Ort. Das ist Niaz, der Kapitel des Mahag-Sar. Ich sehe keine Szenen von Menschen. Und die Gebäude. Ja. Das ist nicht so, wie die ganze Ort, die Menschen eigentlich leben würden. Nein, keine Soldaten. Nein, keine Szenen. Nein, keine Szenen. Nein, keine Szenen zu sehen. Ja, schau mal diese Fasades. Das ist sicherlich ein Renan-District. Hey! Check out that drawing on the Castle Gate. Das ist der Darkwing's Crest. Das ist von einer alten Danden-Legend, über einen Hero, der gegen einen vallenden König mit einem Torch und ihren Trusty Owl. Das ist seine Crest. Ich bin sicher. Really? Das ist die erste Mal, ich höre es. Also, wenn jemand es auf der Gate... Das muss sagen, dass die Renans verloren haben, die Stadt verloren. Sie sagen, dass die Danden-Innen der Herr da? Es ist schwer zu glauben, aber es ist nicht völlig unheimlich, given die Wahrheit. Mal schauen, und sehen, ob wir jemanden finden können. Sie können uns sagen, was passiert. Das ist schrecklich. Es ist wirklich kein jemanden hier? All diese Ruins sehen, wie sie schon seitens gemacht wurden. Aber wenn das so ist, dann woher du denkst, woher die Leute, die hier leben, warst du? Daher muss man dannen und rennen, richtig? Das ist eine gute Frage. Even wenn die Danden-Innen rebekommen, und die Renninnen-Innen hier sollte man immer noch ein paar Leute sein. Das Debris? Du denkst es könnte die Arbeit von Rennen-Astral Arts sein? Vielleicht. Aber die appearance dieser Ruins ist eher uniform, das führt mich zu glauben. Die Renn-Innen-Astral Arts sein. Hey, die Renn-Innen. ist nicht die Renn-Innen. Shion has got a point. I mean, you don't see Renans like her needing so much help to get stuff done. In my case, circumstances forced me to learn how to be independent. Even so, I still think Dohalim could afford to pick up a few more self-sufficient skills. Hmm. Well, specifically speaking, what would you suggest that I learn? For starters, I think it'd be good for you to learn how to dress. And put on shoes. How to comb your hair is equally important. And learning to manage your possessions better. And then from there... She sounds like his mom rattling all that off. Oh, and another thing. About your owl, Rinwell. W-what is it? When he starts to molt, would you be willing to give me his old feathers? I think I could find a use for them. What do you intend to do with those? Well, recently, I haven't been sleeping well. However, I hear pillows made from owl feathers are very comfortable and wish to make one. This is why I hate you, Rennins! Did I say something offensive? Next time, put your own needs aside for a second and think about how someone might react first. Then consider if it's worth asking it all. But... If... When... Rutil... Echt in die Mauser kommt... Und er eh Fehlern verliert... Und die... Echt... Feind... Ist das noch egal, ob er das... Aufs egoistischen Grund haben will. Ach, naja. Na ja. Wir sollen da hin. Dann gehen wir erst mal komplett in die andere Richtung. Wie immer. Wie ist der? Ein Schwein in der Box. Heule. 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 Eine rosa... Ne, eine rote Haarschfange. Die komme ich auf rosa. Ja, bei rosé. Aber jetzt Haarschfange. Eine ganz fette... Na ja, okay. Ist das eine Arena oder so? Öffnet verstoßen. Egal, er hat sich gelohnt. Das müsste übrigens... Das müsste jetzt mal eben... Gib mir mal zwei Sekunden. Ich muss nur... Ein Knopf drücken. Ah, nee. So ähnlich. Es erinnert mich an das Logo des Spiels. Aber nur so ähnlich. Du hast ja auch... Wind-Astral-Energie. Mein Knopf? Sie sind groß. Sie sind wahrscheinlich benutzt, um Wind-Astral-Energie zu holen. Also müssen sie groß sein. Wind-Astral-Energie. Rein theoretisch müsste überall Wind-Astral-Energie zu holen sein, weil überall Wind sein dürfte. Aber hier ist es bestimmt besonders windig oder sowas. Irgendwie sowas muss es sein. All of you, stop right there. Don't move. They have us surrounded. Who are you? Where did you come from? You first. Show yourself. I'm the one asking the questions here. Don't try anything funny. One wrong move, and I guarantee we'll blow you away. What are you...? My name is Alphen. Ich bin hier von Kalaglia. Alphen? Der Wielder von der Blazingen Sword? Er ist ziemlich famous, nicht er? Hier ist meine Begriffe. Will das suffice? Oder muss ich eine dieser Häusche aufbauen, um meine Begriffe zu machen? Kein besoin. Ich glaube dir. Ich bin Beifon, von den Darkwings. Sorry für Sie zu schrauben. Wir sind noch die Remenanten der Kriegenden. Also, alle sind mehr als ein bisschen auf dem Weg. Bitte verabschiede mich. Remaining? Wait, du hast bereits den Lorden von diesem Räumen? Das stimmt. Wir haben ihre Weapons, und sie zurückgebracht haben. Sie sind der Dannon-Leader hier in Niaz? Nein, ich bin nur ein von den Kommandern. Deadeim ist derjenige, der schläge. Ich bin froh, dich an ihn zu holen. Nur ein Problem. Die Rennens. Die Rennens. Die Rennens, die Sie mit ihnen waren wahr. Du verstehst, nicht wahr? Ich meine, wir haben nur die Stadt aus ihrer Art. Die Rennens. Und für eine gute Idee. Especially Deadeim. Ich denke, es wäre besser, wenn die beiden auf dem Weg wahren. Das wird nicht passieren. Ich glaube, es ist eine gute Idee, uns zu verbrechen. Es ist zu gefährlich. Dann ist es auf deinem Kopf, Freund. Unsere Basis ist so. Auf der anderen Seite. Du könntest mich hinterlassen, du weißt. Das ist nicht nur über dich, Dohalim. Ah, ja. Ich glaube, auch nachdem du die Rennens gewonnen hast. Deine Arbeit hat wirklich nur angefangen, oder? Ja. Dieses Ort scheint, wie es viele Probleme hat, um zu fixen. Unter anderem die Gebäude. Ja. Okay. Dann halt erstmal deren Basis angucken gehen. Warum nicht? Ist das eine Flinte? Ist da ein Abzug dran? Na ja, wird schon. Kommt, kam mir so ein bisschen, äh, sehr, wie soll ich sagen, klumpig vor, oder so. Nicht wie eine wirkliche Schusswaffe, eher ein Stück Eisen, aber ne, tatsächlich ist es eine Waffe. Also, du bist Elfen, oder? Ich dachte, du wärst größer. Huh. Ich glaube, die Armour beefs dich ein bisschen. Du hast viele Leute gesprochen, du weißt. Aber in dieser Stadt, ich kenne die Schuss. Du weißt, wie meine Regeln hier. Du weißt, das. Du weißt, was ich nicht. Du weißt, ich wollte nicht mit einer Gange von Frauen und Kindern. Die anderen Lords haben wohl auch echtes Pushovers, oder? Seriously? Du bist so schade zu alle du meetest? Du weißt, mich nicht, du weißt. Didn't deine Eltern teachest du einen Manners? Warum, du... Du bist der Mann der Lorde der Welt, oder? Huh? How'd you pull that off? Ha. We just swiped the Renan's explosives. And then we blasted them all to hell and back. Explosives? That's a pretty bold approach. But how'd you manage to avoid hurting your own people? I didn't, that's how. But the chance to take out a Lord was worth the sacrifice. And the Lord? What did this sacrifice earn you? Unfortunately, we couldn't manage to finish her off. But now we've really got the girl on the run. She ran? A Lord? Yeah. The lady was just a coward. She had a whole lot more bark than bite, that's for sure. She's probably hiding off in a hole somewhere. But not for long. We'll find her and drag her right back into town. Then she'll get what's coming to her. I wouldn't be so sure. She may run, but she'll never go quietly. Shut up, Bright Ice! I would have run you through already, if you weren't with the Blazing Sword here. The whole reason you're fighting is to free the Danans in this realm, is it not? If so, then... Shut your mouth, witch! That's enough! If you're really fighting for us, Danans, why keep these bastards around? Why haven't you killed them already? I'm not going to kill these bastards. Whoa. Is that the case, huh? Then tell me the point of the show. They're my friends. Friends? Renans are Renans. They're the scum-sucking bastards who've been draining our souls for 300 years now! But you knew that. You knew that. Maybe it's because you and her little lady are friends and more. Son of a... You'll pay for that! That's enough! Deadeyeim. You know that was completely uncalled for. Hmph. All of you, get the hell out of my realm. And don't ever come back. This is Danans' realm and it's ours, understand? I call the shots here. And I make the rules. I do. Deadeyeim. Litter of the Dark Waves! Yeah! Deadeyeim! Liberator Deadeyeim! You are the true leader of this realm! We're not afraid of any bright eyes! It's only a matter of time before I throw every last bright eye out of this realm! The Dark Wings! The Dark Wings rule! Hey, wait up. Told you so, didn't I? You should have left your Ren and pals outside. You don't agree with him, do you? I could tell by the look on your face in there. That's how things are with him. He loses his temper. Then I step in and calm things down. Better you than me. If that's all, I think it's past time we were going. Look, I just wanted to apologize for what Deadeyeim said in there. At least somebody's got some manners around here. He didn't used to be like that. But, well, that's what losing most of your loved ones will do to a man. He may never forgive the Renans. It's a little ironic how indistinguishable his manner is to that of a lord. Hey, Beifon? Deadeyeim mentioned the lord is still on the run. Any ideas where she might be? We looked all over, but found no traces of her. We heard some rumblings about activity in Estaluva Forest, but that's it. Estaluva, huh? Wait, you're not going after her, are you? Certainly won't win you any favors with Deadeyeim. This isn't Deadeyeim's war, and we're certainly not fighting it for him. Besides, it's like Shion said, her type isn't going to go quietly. Hey, it's your funeral. Don't say I didn't warn you. We'll be sure to keep you out of it. Before we set out, though, is there anywhere around here we can rest? Sure. Building at the end of the road, opposite side. It's all yours. We use it as temporary lodging, to house people who don't have a new place to live quite yet. We're not going to run into any trouble there, are we? Rumors of a certain fiery sword have spread fast. I doubt anyone will be eager to give you guys problems. And here's where I say my farewell. You're on your own, but good hunting. Before you go, how come you don't hate the Renans as well? Oh, believe me. I've got my bone to pick with the Renans. Just not with two of them I've never so much as laid eyes on before. Let's head on over to that lodge. We'll figure out what our next move is there. I get the feeling Deadeyeim signed up to be a rebel, so he could have a rooster rule. Heck, he's no better than a lord. In some ways, he's even worse. I know. How could he use explosives on his own people? And yet, despite the toll of his actions, none of the Danans we've seen seem to question his assumed authority in the least. If anything, they may well consider him a hero, which would say a great deal toward how deeply they resented the Renans here. Still, I don't think this is as simple as saying the good guys won out over the bad ones. Yeah, I don't either. Deadeyeim might have managed to drive the Renans out of Niaz, but that doesn't make the way he did it okay. No matter which way you look at it. A victory that's earned by throwing away the lives of his own people? No, that isn't a victory at all. I can understand that the Danans here are standing up against their oppression, but that doesn't mean they have to humiliate all Renans just to settle the score. I'm perfectly able to stand up for myself, Alphen. Besides, I'm used to it by... But you shouldn't have to be, Xi'an. That's just... What I mean to say is... When you've been a slave for so long, it's easy to accept that's how it should be because it's all you've ever known. Constantly being belittled is no different. I don't think that's fair. For me or for you. Oh. I just don't know, man. Don't know what? Deadeye managed to drive out a real live Renan lord. That's incredible. And he seems to have a lot of supporters surrounding him, too. But he's got an attitude worse than any angry Zoogle. Plus, Niaz is in utter ruins. I don't have a clue what his game is. The Renans are powerful. And because of that, it takes a strong leader to have any hope of toppling them. However, when you take down one dictator only to replace them with another, ultimately, it's just business as usual. If it had been Zephyr instead of Deadeyeim, I don't think things would have turned out like this. Rinwell! Yeah, I think so, too. Zephyr did things differently, top to bottom. He's not the kind of person who would have forced his own views or decisions on other people. When you do that, you're ruling over others, not leading them. To be honest, I don't know what I would have wanted my dad to do if he was in that position. Law. The whole thing feels weird in a way. It's a weird kind of feeling. But at the same time, part of me also feels... happy? Deadeyeim and my dad are two very different men. For now, I'm content knowing that. The city is liberated, and yet the air still hums with fear and anxiety. It reminds me all too well of how Vicente once was. Hums? You mean like music? Yeah, none of this sounds like music to my ears. In fact, I've never seen any Danans with musical instruments in my life. You don't need instruments to play music. It can emerge naturally from the sounds of people going about their day and the hustle and bustle of life. You seem to care a lot about music, Deadeyeim. I didn't know that about you. Have I not mentioned it? Before I was a candidate for the Lordship, I had my heart set on the life of a musician. You? A musician? Indeed. Music enriches the world around us. I train day and night to hone my art. Words could not describe my bliss as my notes carried with them the sights and sounds of nature, the ebb and flow of time, and the thoughts of people on the wind. Dohalim. Forgive me. My loquaciousness can get the best of me at times. Don't apologize. It's interesting hearing what Renan culture is like. Even though the Renans destroyed all of our arts and culture. Personally, I was interested in the music of Dana as well. The fact that generations of lords deemed music to be of no use to their slaves and outright forbade the ownership of instruments is lamentable. Not that my words can undo the damage already done. Okay. Bevor der Part zu lang wird, auch wenn mich da mindestens zwei Nebenmissionen anlächeln, werden wir an dieser Stelle einen Cut machen und wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Wenn wir uns in Niets umgucken, beziehungsweise ich schätze mal, dass sie das Gast... Nee, das ist das Gasthaus, logisch. Wollen wir dann da lang gehen oder in den Palast dann gucken. Ja, bis zum nächsten Mal. Windows 10 Windows 12 potentie Windows 11 Windows 10 G Bis zum nächsten Mal.